Musik Ich bin der Stefan, ich bin 31 Jahre alt und bin 2,26 m groß. Es gibt viele Bewunderer, viele die fasziniert sind, erstaunt, aber auch viele, die dann erfeuchtig zurückzucken und Angst zeigen oder geblendet sind von der Größe und auf eine falsche Art widerspiegeln. Ich bezeichne uns große Leute gerne als sanfte Riesen, weil wir oft verkannt werden. Uns wird verängstigend, hergeguckt oder erstaunt und die Reaktionen sind so unterschiedlich. Und sanfte Riesen ist, denke ich, das passende Wort für uns, weil wir ganz normale, großherzige, liebe Menschen sind. Was wir zu schaffen machen, ist die deutsche Industrienorm bei Türen, bei Stühlen, in Fahrstühlen, in Bussen, in Bahnen, beim Klamotten kaufen. Also doch ziemlich häufiger im Alltag als andere. Es ist nämlich erst seit gestern bekannt, dass es mehrere große gibt. Also es gibt ja schon längere, größere Leute. Und daraufhin hätte eigentlich schon früher was passieren müssen, weil, dass die Leute früher klein waren, ist verständlich durch den Krieg und sonst dergleichen. Heute geht es uns ein bisschen besser, heute wachsen wir an der Höhe. Und ich denke, dann sollte auch ein bisschen die Norm ein bisschen wachsen, was den Alltag angeht. Also ich möchte so viele lange, große Leute vereinen wie möglich, in einem großen Raum mit ein bisschen Presse, um den in der Welt oder zumindest den Leuten ein bisschen nahe zu bringen, dass wir im Alltag Probleme haben und dass wir vielleicht mit ein bisschen Unterstützung unsere Probleme bewältigen können. Ich finde es immer gut, ein großer Mensch zu sein. Ich habe alles im Überblick. Ja, ich habe alles im Überblick, das reicht. Keine Grunde brauche ich nicht.